Meine lieben Freunde, ich bin bei Hamid Loko. Keine Saal! This shit! Don't bring to Germany! Don't bring to Germany! Und wir gehen zusammen auf OmeTV, meine lieben Freunde. Gucken uns das an, wie spät ist es? Es ist 0 Uhr. Ich kenne euch, Wallah, ich kenne euch. Hamid Loko. Ey, warte, ich sage jetzt einen Songtext, ihr macht weiter. Top-Ticks? Ah, hört ihr Deutschrap? Ja. Hört ihr Cushinho? Urushido? Cushinos? Cushinho mit K. Nee, meine Ex-Freundin hat den gehört, ich feier den nicht. Der passt ab. Äh, sie. Ja, sag einen anderen. Cushinho, es tut mir leid, Cushinho. Komm nicht zu mir nach Hause. Das ist so ein Kemp, Digga. Oh mein Gott, oh mein Gott, Digga. Ja, wie geht's dir? Gut und selbst? Auch gut, Alter, was machst du? Ey, Digga, ich bin zum ersten Mal auf dieser Plattform. Und, Digga, nein, als ob ihr das jetzt... Ey, seid ihr real? Also, sorry, wer irgendeine Frage, seid ihr real? Hamed? What? Digga, nein, Digga. Nee, Digga. Hallo? Ey, Junge, ich feier euch schon nochmal. Ich liebe diesen Links. Argentinien. Was ist dieses Ding da hinten? Hinter euch. Kannst du mal holen? Ja, warte, ich will kurz. Digga. Ach, das ist fake. Ah, die 24. Hä? Ja, hä? Ich bin ein Hund, Digga, wenn es live ist. Ich bin ein Hund, Digga. Ich guck jetzt nach. Macht mal irgendeine Bewegung oder so. Digga, ich hab grad einen Puls. Ich kann grad nicht beschreiben. Hast du irgendein krasses Talent? Bruder, was soll ich für ein Talent haben? Fitness. Aber, Bruder, was soll ich für ein Trikot? Zieh das mal aus. Und, guck mal, siehst du diesen Finger? Und, guck mal, siehst du den Finger? Und, guck mal, siehst du den Finger? Aber, es geht lockenkopf. Peter, alles klar bei dir? Ich hab gar nicht mit dir geredet. Ich hab mit locken... Was soll sein? Weißt du, was ich richtig seltsam finde an deinem Hintergrund ist... Was? Hä? Hä? Digga, du blinzelst doch. Mann, Bruder... Du hast ja kackt. Ja, ich hab dann kackt, Digga, meine Augen... HOMBIT! Bruder, Real Madrid. Tut mir leid. Real Madrid. Real Madrid. Real. Wie war's? Ich hab sogar Wasser im Mikro. Mit Messi. Hallo? Wollt euch noch einen Zaubertrick zeigen. Du hast geblinkt, ich hab's gesehen. Was machst du? Wollt ihr東? Christoph fulfill total! Buchst du denn? Die sind mit Loko, Alter. Ich weiß nicht, dass DANIEL Mönche vermutzeilen Siehe, creates 이것 in der Gemeinde. Das Schnee, ist so courtierlich. Was ist das? Wie war's denn? Oh mein Gott, oh! Die haben weggeklickt, Bruder. Wir haben so zwei Ausländer gesehen und deswegen sind die ausgerastet. Ey, Bruder! Ich schwöre, ich kenn dich. Ich schwöre, Robert. Ihr seid gerade live. Bruder, danke für die Ro... Galaxie! Galaxie! Hebe wieder ab, schwebe durch die Galaxie! Sag schnell, sag schnell, wie soll die Rosen spenden? Du verlierst gerade, ne? Wir sind bei Mal 2! Wie viele Leute sind gerade drin? 7400. Bruder, du musst sagen, dass die Rosen spenden sollen. Ja, sollen die machen. Martin, ich bin der Volo. Schreib mal deinen TikTok-Namen, ich guck es mir später an. Eligello97 Abu? Du bist jetzt selbstständig, gell? Also du verdienst ja damit dein Geld. Und wenn du jetzt klemter bist, dann selbst wenn ich nicht da halte meine Brüder singe. Deine Antwort hat nicht mehr das. Argentinien, hab das bei uns? Ja, es ist hier. Du bist noch ein Tag. 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 Hey! Weib aus dem Mund. Nein, jetzt kaputt machen. Jetzt vor uns kaputt machen. Und spülen ab. Jetzt spülen. Sicher, dass du es runterfließt? Dicker! Hahahaha! Er weiß, er wird schon seitdem nicht... ...sind guter! Wenn er auch dankt, wenn er dankt, sieht er seine Fähne wieder toll an! Hahahaha! 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 Er ist ein deutscher Wichser, ne? Das ist Hamid! Hamid oder so wie er heißt! Hahahaha! Einfach Rohr? Hahahaha! Das faken, Bruder! Ich wusste es! F**kt euch! Oh, Bruder! Sein Vater ist so schwu... Das ist der schlechteste Troll, den ich je gesehen hab, ne? Und, schmeckt gut! Warte, was? Alter, Geschichte! Ich f**g meinen Kopf! Mach mal kurz dein Buch zu oder dein Tablet! Und jetzt... Aber mach Licht an, das will ich noch sehen! Alexa, Licht an! Und jetzt erklär uns, was du über den Imperialismus weißt! So, Imperialismus im Allgemeinen ähm... Lecker! Ich finde das geht klar, Digga! Was machst du? Hast du ne Freunde? Schluss gemacht, Bruder und so'n Scheiß, weißt du! Wir waren zwei Jahre zusammen! Wann hat sie Schluss gemacht? Vor zwei Monaten! Hast du oder hat sie Schluss gemacht? Sie ist fremgegangen, Bruder! Und ich hab sie geschrieben! Wir waren verheiratet! Ihr wart verheiratet? Islamisch, ja! Boah! Ey, ihr wisst nicht, was ich gerade höre! Was denn? Und ich sitz hier ganz allein! Am Fenster! Sie hat so ein Fett und Arsch! Gestrennter! Ey, ich wünsch euch nur das Beste! Hamel, aus dir wird noch ein zweiter Eli! Eli Geller, you're the best, man! Nein! Ich hab auch nicht so eine seltsame Kerngesille in meinem Blick, ich sag dir ehrlich! Alles dunkel, ich hab nur die Ecke des Links! Ey, ich hab euch endlich gefunden, man! Warum hast du mich vorhin geskippt? Ich war so traurig! Wir suchen auf OmeTV den längsten Mittelfinger! Alter, also ich... Boah! Seik? Ja, ich kann's jetzt schwer messen, aber... Joel, wir suchen auf OmeTV... ...den Typen mit dem längsten Mittelfinger! Ja, da war ich nicht mitkollege! Weißt du, darf man Mittelfinger zeigen hier? Ja, natürlich! Der war aber nicht so groß, der Mittelfinger, ne? Seik dein! Soll ich zeigen? Also... Wer... Also... Ne! Das war's mit dem Video! Viel Spaß! Mit Hamed... Dings... Ja! 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 Ja!